Gewerbt zurück. Kommt John, hopp 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 hopp. Alles klar. Schneiden Sie sie ab. Was abschneiden? Deni Raya oder wat? Sehr lustig. Okay, hier kommt mir jetzt keiner entgegen. Das ist aber ein Wookie. Ne, jetzt habe ich einen eigenen. Da habe ich noch einen eigener. Oh, da ist der Rebell. Und du bist einer. Ich habe noch einen Wookie. Oh, da ist der Rebell. Oh, da ist der Rebell. Ich sehe doch nur auf, verdammt. Puh, erst mal in Sicherheit. Ich bin, äh, ich glaube, es muss jetzt reichen, ich bin fertig. Sehr schöne Explosion. Verdammt, ich hätte mich nicht zur Seite gestrungen. Ach ja, okay, dann würde ich jetzt erst mal den Wookie umschießen. Genau, hier wollte ich hin. Einfach nur mal, um ein paar von denen zu erledigen. Ah, das sind also die. Schön, dass ich den gerade wieder vor die Nase bekommen habe. Die haben ja auch eine fiese Kanone, ey. Ja, beinahe schon abartig, wenn die da nicht rumballern können. Okay. So, jetzt nehme ich einfach mal wieder das hier ein. Ach, wir haben hier nur 32, Leute, das ist ja... Naja, okay. Uuuuuh. So. Eieiei. Na, immer noch nicht. Was soll's, dann muss ich eben zurückgehen und, äh, ja, noch ein paar rumbringen. So, dann gucken wir mal hier weiter. Hier ist noch ein Glor vor der Tür. Dachte ich zumindest. So. Da wurde ich vor kurzem jemand umgebracht. Also... Da hängt's grad, aber total. Ähm... So. Sieht schon besser aus. Okay. Irgendwas stimmt jetzt hier nicht wirklich. Ähm... So. Mal sehen, was hier drüben los ist. Scharfschütze? Okay. Ach, da unten. So. So, jetzt hab ich zumindest die mal erwischt. Ah, ich denk mal langsam wird's mit meiner Speicherkapazität auf der Festplatte eng. Und deswegen macht er hier so ein bisschen Mucken. Muss ich auch gleich ausmachen. Weil... Ich hab schon genug Material für die nächsten Folgen. Ah, okay. Das Ding muss ich einfach nur kaputt machen, glaub ich. Moment. Oh. Oh. Eine Niederlage kommt nicht in Frage. Suchen Sie auf die Flanken. Oh. Okay. Ich kapiere immer noch nicht ganz was ich damit machen soll. Aha. Oh, doch kaputt machen. Okay. Dann haben wir es jetzt kaputt. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute, es wird Zeit, diesen langweiligen Felsen zu verlassen. Die schlechte, die Rebellen haben die Hangars eingenommen. Sie müssen sich freikämpfen. Okay, das wird kein Problem werden. Gut, also das heißt dann wohl, nach der Mission ist Schluss. Ich habe wirklich schon lange genug aufgenommen. Verflucht. Wo haben denn die Schüsse her? Daher. Okay, das Leben habe ich jetzt gebraucht. Ich kann es gar nicht haben, wenn die hier unterwegs sind. So. Ich hätte mir ja auch eigentlich das Fahrzeug dann nehmen können. Aber so macht es eben nicht Spaß. Einfach mal rückwärts gehen, ein paar Leute abschießen und... Das war's dann. So, jetzt muss ich gucken, ob hier jemand ist oder nicht. Was natürlich gut sein könnte. Oder hinter mir. Oh, oh, oh. Hinter mir kommt eine ganze Gruppe von... Okay. Vor mir ist auf Kampf. Okay. 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 So. Okay, jetzt müssen wir hier noch ein paar umschießen. Hoffentlich mal nicht allzu viele. Jetzt haben wir die Hangars angenommen und ich muss sie mir freikämpfen. Lassen. So, jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen was an Luft gewonnen. Gut, da kommt noch eine Einheit. Na, hinter mir kommen ein paar. Warte, ist da noch ein vierter Punkt? Hä, wie kann das der vierte Punkt sein, wenn... Naja, ich denke mal, wir müssen uns da hinten den Hangar zurückerkämpfen. Ich bin ja beinahe an mir vorbeigekommen. Naja. Okay. Sehr schön. Was häng ich noch? Komm schon. Gut. Ähm, komm ich hier hinten noch irgendwo rein? Ja, hier in Halle. Ähm. Da ist ein bisschen Stress. Hui. Hui. Was ist hier noch eigentlich? Nee, der Hauptstress ist da drüben und wenn ich Glück habe, komme ich mit dem Ding... Ja, wieso bin ich eigentlich nur noch weg? Ähm, wenn ich Glück habe, komme ich mit dem Teil hier auch... Ähm... Direkt unten, äh... Also hier raus. Und da dann rein. Wie gesagt, wenn ich Glück habe... Warum weniger?